feuerstrahl gute idee den feuerstrahl zu benutzen in einem schießpulverlager oder habe ich den gerade gut gehintert so der ist schon mal tot den haben wir aber die ziehen sich zurück sehr gut war das war schwierig das war ja und alle häuser haben sie überstanden okay wer will wer will die harmlos aussehende waffe was hast du für eine waffe ich nehme sie einfach kannst du dann kannst du das gespielt haben sind alle häuser draufgegangen oder ja oh my god da hat er ein maschinengewehr so aufsitzen jay hab fluch ist jetzt vorne ist okay laufholzpferdchen 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 der sound ist auch richtig gut ne erscheucht und sämtliche kinder nach ihren mamis rufen lassen aber dank der nahezu vampirischen kräfte fühlten sich die zauberer sichern und verschwenden keinen gedanken an scheitern ihrer mission aha gut das vampirähnliche kräfte besitzt und keiner ist guck mal das ist ein holzpferdchen ja hat eigentlich das bremsgefäße oh das geht noch weiter okay guck mal das sind schiffe abgestürzt so was komisches ja das war platz hier oh hier pferde pferde ist schön die sind so das ist nur ein ganz normales pferd warte mal lass mir hier nach links gehen ja bestimmt noch was da ein Elch Elch was ist nur mit alten Elchs äh Elchen Elch das ist der Elchtest hier ja da geht es nicht weiter hat jemand einen Elchtest gemacht ne und hat nicht geklappt hallo ich bin mit meiner was was habe ich da eine M60 eine M60 stumm gewählt ah Paladar hier bei Bedfordern Admiral Agndar ok Admiral auf zum Admiral ja dann ja ich endlich mal eine freudig belebte stadt was uns mal mit den schnacken hier da kann es da Luftball fahren kann es Formakern aber Lünf Palömer kann Eberrotten auch kleinen pferden das kann Der ist ein Schneeflöckchen, Schneeflöckchen, Weißflöckchen. Mama, wo geht's denn hier hinter? Geht's denn hier hinter die Welt? Hier ist doch Agner. Stimmt. Seid ihr wirklich sauer? Ein Kartentrick, Hallo, wir sind Zauberer. Mal gucken. So, da. Oh, da ist sie jetzt bestimmt sehr glücklich. Oh, er begleitet uns bis zum Gasthaus. Ja, mit einer ganzen Armee quasi. Warte, warte. Was sagt er? Oh, Halt. Komm den Harvinder. Leider kann euch der König heute nicht empfangen. Ah ja, okay. Ja, das war sein Standardtext. Ja, dann gehen wir das Gasthaus. Hier wird das Gasthaus. Wenn die das sagen, ne? Oder wir hätten einfach dieses Heer da platt machen sollen und weitergehen. Oh, schnauere ich was zu tun. Oh, Fliegerangriff. Gut, dass wir über Waffen geschlafen haben. Ja. Ja, das macht man so. Mit dieser Stadt geht es echt bergab. Ja, wie geht es hier raus? Da? Ich glaube nicht. Ich darf die Welt will gerettet werden. Ich glaube, das war schlecht. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ja, das Sturmgewehr ist weg. Ich glaube, ich habe einen Schildstart bekommen. Ja, jetzt hör doch auf, wenn man da drauf zu klicken. Du bist quasi aus der Map gefallen gerade, oder was? Schnell, zum Saal des Königs. Das ist ein gutes Gewehr. Operation, Operation menschlicher Schild. Sie benutzen mich als Blitzableiter. Ja. Da stehst du dir auch da. So. Das ist, äh, wenn du, wenn du jedes Mal so schlecht da schießt, wirst du das Zeug wieder aufsammeln? Achso, ja. Gute Idee. Ja, siehst du. Wenn ich dich schon töte, dann hätte ich so wenigstens damit. Achtung, Vorsicht. Ah, okay, rechten. Ich warte. Wie konnte man die Stabfähigkeiten auslösen? Einfach leer hast du, wenn du nix, äh, leer hast du, sag ich schon, mittleres Mausrad, während du nix drin hast. Ah, okay. Trinkst du mal deinen Baum, ne? Ui, oh. Vielleicht mal diesens auch. Nein. Ich konnte Bäumchen nicht retten. Ey, sag mal. Ey. Ich ziehe wo ganz, ich ziehe wo ganz anders hin und das, ey. Ja. Seid das zu drücken. Ja, habe ich gerade gemacht. Skidshot. Bam. Einfach mal ein Blitz. Oh, das ist Flatt. Oh, Flatt. Er hat sein Mantel verloren. Oh, Flatt. Er hat sein Mantel verloren. Oh, Flatt. Oh, Flatt. Dann geh dich mal in die Kämpfe verbeißen. Oh, Flatt. Oh, Flatt. Oh, Flatt. Oh, Flatt. Oh, Flatt. Was natürlich auch super ist. Mhm. Oh, Mann. Wieso kriegst du den schon wieder ab? So, wo geht's hier offiziell weiter? Ich glaube hier. Gehen wir mal nach oben. So, ich habe das nur kurz gemacht. So, gibt's hier irgendwas? Da liegt ein Hammer, ja. Wo? Ich sehe da kein Hammer liegen. Ach, doch, da. Genau. Oh, irgendwie kann ich die nicht nehmen. Doch jetzt. Hast du es gelesen? So eine Überraschung. Die Tür ist verschlossen. Ein Guarhammer. Yay. Guarhammer 40.000. Oder wie war's? 40k, ja. 40.000. Ja, genau. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Oh, schön. Marktplatz. Oh, wir sind eingekesselt. It's a trap. Ich bin tot. Nicht mehr lange, mein Freund. Dann bist du wieder tot. Ich habe dich mal gelöscht. Alter, dieses Feuer von mir. Ah. Blitzviecher. Bist nicht hin. Was denn? Ach so, dein Blitz. Ja, ich bin schon wieder hin. Diesmal habe ich mich selber getötet. Ja, immerhin. Dann kannst du dich nicht mehr in die Schuhe schieben. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Huch, was ist das denn? Ah. Ninoli, alpudri, teder. Usbrat, teder. Deva, teder, neder. Tyfet, neder. Ah. 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 Oh, sorry. Wow, what the fuck. Ich glaube, da sind gerade unsere Stahl explodiert. Ich muss mich mal kurz wiederbleiben. Ja. Ich muss nur gerade erstmal ein bisschen aus der Schussbahn raus. Wir können doch gleich mal so eine Kombostrahl zeigen. Okay, 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 okay. Aufstellung! Ja, Moment. Boah, wie geil. Hat zwar nicht getroffen, aber so funktioniert es auch. Brennt! Brennt, ihr Penner! Der ist hin. Brennt! Ich muss nur kurz mein Zeug da oben holen. So, Himmelsbeer und kommt Erdur-Stab. Und da liegt eine Axt. Ich nehme, glaube ich, lieber die Axt. Na dann. Na, jetzt. Ah! Ja, die Aufsammelrate ist teilweise ziemlich scheiße. Ja, man muss ganz genau die Waffe erwischen. Ich muss jetzt auch mal ein Mikrofon rumrödeln. Moment. Das geht nicht, wie ich bin, geht mein Headset gerade wieder leer. Ja, passt das? Geht's leer? Na, ja. Moment. Hier, jetzt muss ich bloß noch im Dunkeln treffen, ohne hinzugucken. Also ist es egal, ob es dunkel ist. So. So. Jetzt darf mein Headset nicht mehr. Ruhig. Apropos Krieg, schnell weiter. Oh nein, der Weg ist versperrt. Warte mal. Kann man hier auch rein. Warum sind wir alle Türen verschlossen? Ja, genau. Der Dorfgrinder. Mein Gott. Alter Vater. Ja, lauf gegen die Idioten. So macht man das. Ja, Juvie. Passt schon. Ja. Hier ruhig das Risiko, mich zu töten. So wie ich's gerade mach. Ah, ich bin verbrannt. Hoppala. Wenn du von meinem Zeug brennst, kombiniere Wasser und Heilung zusammen. Ah. Ja, ich brenne nur. Hier liegt ein Schwert. Das ist die Kälteklinge. Schnell, wir müssen den Dorfgrinder ausschalten. Das hat nicht geklappt, verdammt. Das hat mein Feuer gespawnt, ne? Ja, ist okay. Ich hab's mal versucht, wie die Wachen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich auch nicht. Willst du auch mal versuchen, den auszuschalten? Äh, ne. Ich glaube, ich kann... Schau mal, ob die Tür offen ist. Ne. Guck mal, da ist aber meine Tür offen. Das sieht man aber auch. Hey, Oberlober! Du wohnst, du wohnst, du wohnst, du wohnst, du wohnst, du wohnst. Du wohnst, du wohnst, du wohnst. Wir müssen durch die Schenkel. Yay! Schenkel. Nehmen wir noch mal kurz am Tresen einen Platz. Ja, obwohl... Obwohl... Hier ist, glaube ich, nicht alles zu gemütlich gerade. Schön war aber auf jeden Fall. Ja, aber... Ich weiß eigentlich eher was gemütliches, als für so ein... Au, du hast mich nass gemacht. Ich habe ihn eingefroren. Ne, da und der Kai ging hier drin ja nicht. Was ja auch Sinn ergibt, weil wir ja nicht unter freien Himmel sind. Hier gibt es noch einen Zauber. Feuersturm! Gab es nicht noch diesen komischen Phoenix später noch? War das in dem Spiel? Äh, was? Phoenix? Phoenix? Ich weiß es nicht. Ah, scheiße, ich habe mich gar nicht gekehlt. Ich war nass und habe nichts benutzt. Das ist nie eine gute Idee. Ne, nicht so richtig. Ne, nicht so richtig. So. So, okay. Die Schuhen hier kann man nicht aufmachen, die hier überall rumliegen. Geht es da auch noch aufhören? Schauen wir mal. Oh, hier geht es dann wieder raus. Okay. Achso, okay. Jetzt, komm, was sagt er? Gut gemacht. Okay, dann warte du mal hier. Tu das, was du am besten kannst, warten. Ist es noch ein Papa Schlumpf? Nein. Bist du ein Guter? Ja. Alter. Oh. What the fuck? Warum frisst er aber dich? Es hat keine so riesen Reichweite, Jugi. Oh, 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 oh. Oh. Ich werde gephrased. Das ist nicht gefallen. Hallo. Lass mich in Ruhe. Oh. What the fuck? Bitches. Nein. Ich bin hin. Danke. Ah, nein. Kein Heilstart auf die. Geste Nacht ist da ein Gegner explodiert. Uah. Stress. Ja. Ah, hier unten ist mein Zeug. Ich habe meine Waffen auch. Ach da. Da liegt zumindest meine Axt. Hier ist der Stab. Weil die hatte ich dann irgendwie aufgesammelt. Alles klar. Oh, Gott, ey. Scheiße, dass das MG weg ist. Er ist echt ärgerlich. Das war so unglaublich dunkel. Ich habe da kaum was gesehen. Ja, das war bei mir aber auch ganz finster. So. Sind alle Gegner tot? Da hast ein Ding ins Punkt. Ja.